Ich bin Anita Farke und spreche die Exodablog News. Nicht alle Bundesländer beteiligen sich am umstrittenen Blitzermarathon. Aussetzung des umstrittenen Blitzermarathons in ausgewählten Bundesländern. Aussetzung des umstrittenen Blitzermarathons in ausgewählten Bundesländern. In diversen Bundesländern wird dieses Jahr der umstrittene Blitzermarathon, eine groß angelegte Geschwindigkeitskontrollaktion, ausgesetzt. Der Grund für diese Entscheidung sind unterschiedlich und variieren je nach Bundesland. In einigen Bundesländern, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz, wird der Blitzermarathon aufgrund der aktuellen Personalsituation bei der Polizei nicht durchgeführt. Aufgrund von Überstunden und Untermangel kann die Polizei die Durchführung dieser Verkehrskontrollaktion nicht gewährleisten. Einige andere Bundesländer begründen die Aussetzung des Blitzermarathons mit Hinweis auf die aktuellen Herausforderungen innerhalb der Verkehrssicherheitsarbeit. Die Notwendigkeit, personelle und technische Ressourcen auf brennende Themen wie etwa die Kontrolle von Lkw-Fahrzeiten oder die Überwachung von Fahrverboten in Innenstädten zu konzentrieren, wird als Begründung angeführt. Bisher hat sich die Durchführung des Blitzermarathons als sehr wirksam erwiesen, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf die Themen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrssicherheit zu lenken. Die Aussetzung in diesem Jahr ist für viele Verkehrsteilnehmer daher überraschend. Die Entscheidung ist jedoch nicht unumstritten. Während einige die Aussetzung aufgrund der genannten Gründe unterstützen, gibt es auch Kritiker, die den Sinn und Zweck eines Blitzmarathons grundsätzlich infrage stellen. Diese Kritiker argumentieren, dass es sinnvoller wäre, Verkehrskontrollen unangekündigt und ständig durchzuführen, statt sie auf einen bestimmten Tag zu konzentrieren. Letztendlich bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form der Blitzermarathon in Zukunft wieder aufgenommen wird. Es steht jedoch fest, dass das Thema Verkehrssicherheit auch weiterhin hohe Priorität haben wird. Quellen, Informationen aus Behörden und offiziellen Stellungnahmen. Autor Anita Farke. Datum Montag 15. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.